Sein Name ist Harry Potter. Du bist ein Zauberer, Harry. Er hat den Stein der Weisen gefunden. Voll krass. Er hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Deine Name ist legendär. Er hat das Geheimnis des Gefangenen von Azkaban gelüftet. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tonichtgur. Er ist dem Beruf des Feuerkechs gefeuert. Wo uns liegen dunkle, schwere Zeiten. Er hat sich dem Orden des Völligs angeschlossen. Machen Sie sich bereit. Er ist in Spuren des Halbblutprinzen gefeuert. Zauberstelle raus. Und jetzt hat er seine wahre Bestimmung gefunden. Angst, Potter? Expelleanus! Oh, hier wird gezaubert. Mal dann lass sehen. Die Harry Potter Reihe in Sat.1